Ein herzliches Willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. So, wir haben, das sieht ja geil aus, wir haben den Imperator kennengelernt, hatten hier den einen oder anderen einen sehr interessanten Kampf. Würde ich mal sagen, gucken wir uns mal hier das alles mal an, was die so schönes haben. Was ist das? Oh, Stiefel des Umfangkuschis. Gut, wir fahren durch, Träger bewirkt mit buffenlosen Schlägen. Okay, krasses Zeug. Ja, weißt du was? Wir halten nochmal kurz ein Schwätzchen. Wenn wir noch was sagen können. Hallo? Was ist denn jetzt? Ähm, hallo? Jetzt. Ja, dabei bin ich mir noch nicht so sicher, ob das wirklich schlau war, was ich da gemacht habe, aber... ...sind mal entspannt jetzt. Was ist die für... Komisches Zweifel haben. Was ist das? Lieber... Langschwert, göttliche Knochen-Scherbe. Nehmen wir mit. Sauerteigbrot. Sauerteigbrot. Lecker. Lecker, lecker. Gut, haben wir jetzt alle? Das hier? Ey, die haben wir aber schon. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Oh, was habe ich jetzt gemacht? Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ein Grundkrieg, ja. Alter, wie viel Zeug gibt's hier noch? Sehen alle ziemlich fertig aus hier. ... Habe jetzt alle. Mal gucken. Oh, was ist das? Muss auch mal gleich angucken. Und dann mal schauen, ob da oben noch irgendeiner rumliegt. Ne, wie soll er da raus? Oh, Beutel. Wer damit. So, dann schauen wir mal. was ist denn das über texte zwei figuren eine imposante weibliche mit königlichem außen und ein teufel mit ironisch charmant miene ihr hände tauschen einer fakt aus dass astral bis war könnte dass die wo ist das das die dings gewesen sein das ist das nicht draufschlagen das machen wir mal lieber nicht aber könnten mal die ohrpunds mit cerebral magic permeable impenetrable within it the githyanki prince is as silent as a corpse the murmur of his powers being siphoned away okay so jetzt reicht es aber jetzt immer zurück geil das aussieht witzig astralebene wirklich verlassen ja wird ja nicht gleich wieder ein kampf kommen oder so so jetzt muss erst mal wieder ein bisschen nachladen schauen wir mal was wir haben die freie orpheus ja dann sprechen wir doch mal mit ihr drüber ich habe mich echt heftig muss ich sagen so eine liebe es blute das blute mutter wer genau ist er das blute Sie müssen die Geschichte von Gith und von Vlackith kennenlernen. Vor kurzem, als wir gegen unsere Geist-Slavers sind, Mutter Gith hat die Hellen gemacht, um mit dem Archdevil Tiamat zu erreichen. Tiamat hat die Gith-Yanki unseren Red-Dragons gegründet. Gith hat die Hellen gegründet, und Tiamat hat die Vlackith besprochen, dass Vlackith unser Ruler ist. Der erste Vlackith von vielen. Das passt mir gar nicht, dass ich jetzt mein schönes Gesicht hier so verkackt habe. Ah, das ist, wie es ist. So, 157 sind aber viele Vlackiths. Ja. Unsere heutige Königin hat sich verletzt und verletzt für 1,000 Jahre alt. Aber es war die erste, die Orpheus versucht zu schlau. Orpheus war, ist Gith's only son. Er hat seine Mutter eigener Ehemann in einem Krieg gegen Vlackith. Es war Kithrak Vos selbst, die schlau den Prinzen in eine fischige battle. Oder so die Varsche teachen uns. Yet the Prince of the Comets has been with us, subdued by that repugnant Illithid. Should Orpheus go free, he would tear Vlackiths Empire to pieces and build new glory from the scraps. Ja, aber dann hätten wir ja Probleme. Dann hat Vos recht, Orpheus ist die Saat von Vlackiths Untergang. Die Seed. Und die Sauer. Every word Vos spoke, he spoke true. Orpheus is the living proof of the Queen's lies, and the living weapon that conquered our Geich slavers. One word from his lips, and the people would doubt. Two words, and they would rage. Three words, and they would bow to the true heir. If the Githyankia to be free, the Prince of the Comets must lead the way. Okay. Ihr astralberührte Larve des Imperators verspricht, außergewöhnliche Macht. It also promises to break us beyond repair. This ossified parasite does not make us more, but less. Do you not feel the cold where once there was heat? The void where your soul once resided? Ahhhh. Ich mach mal beiseite. Dich mit mir selbst verstand verbinden und sie das Gefühl der Macht spüren lassen, das dich durchströmt. Ach, hört mich aufregen. Ich kann sie fühlen. Die Macht. Die Vigur. Die Möglichkeiten. Die Wilder-Brain könnte sein, das große Design und die Githyankia. Die End-Zeit der 16 Pläne werden über uns. Und die Astral werden die erste von vier. Sehr gut. Ich möchte über Orpheus reden. Warum wird er der Prinz des Kometen genannt? Die Miracle Slate describe Orpheus als eine schweizend, schreckliche, schreckliche creature. Powerful beyond measure, und enthhralled durch die Geich. So mad with power, er würde er durch den Githyankiaen und erzeugen die Schäden zu ihren Illithischen Gäste. Und er sich mit so einer Psyonik-Präsidenten, dass er und seine Red Dragon blazed ein schweiz durch die Skye. Warum hat Flakid vor all den Jahrtausenden Orpheus lebendig so wertvoll ist, warum will Flakid ihn dann tot sehen? Das wissen wir, das war die Ehrengarde, wir waren die feindseligen Tjanki in dem Prisma. Orpheus ist Honorgard, loyal to the end, trapped by Vlakid in the same Prism holding their noble prince, fruitlessly hacking at the sphere that contains him. They see us as Gih, tadpolled husks in the empress' thrall. I regret their deaths, but I pledged to live as they perished, in the service of Gith's son. Jetzt zu anderen Dingen. Sehr gut. Oh, was ist jetzt los? Ach. Das ist halt los, dein Geist öffnen. Goldness seeps through your veins as the tadpoll awakens. It's yearning almost unbearable. Your mind is a veritable feast. The tadpolls essence courses through you, where it touches your flesh, glands, organs, contract and flood with pure thought. You feel different. Your body has never felt more connected. Oha. Your mind is present in every flex of a joint or muscle. Die sehen krass aus. Once the others see what you can do. They will consider, trying it for themselves. Muss ich jetzt jeden da überzeugen? Aber ich kann jetzt erstmal diese Sachen passives, dass du mir nassst. In dir, welches Anpassung entdeckt. Zauberplatz, Ladung, Edilie, für deine nächste Aktion. Und wir sind aufgehoben worden. Ja, okay. Gedanken, Heilige, Züge, einen magischen Nexus. Einfach in der Rotation und Bonus ein beliebt auszutauschen. Oh, das geht nicht. Warum nicht? Also blöd. Schwarzes Loch. Wär alle Gegner? Oha, das ist übel. Gedankenschlag? Also, die zwei nehme ich auf jeden Fall schon mal. ist das hier ist deine selbst wahrnehmung vertieft und alles nehmen was macht man denn die müsste jetzt auch fünf haben oder hat sie nicht was ist denn jetzt wieder los das gehirn sieht anders aus egal müsste jetzt alle so aussehen schatten herz musste ich uns anschließen so there's been a mind flayer inside the artifact or astral prism the whole time we've had it sounds like utter madness even though i've seen it with my own eyes the more i learn the less i understand just why i was sent to retrieve that thing but it matters the prism is no longer my mission saving my parents is did you want something ich glaube diese besondere narve die uns der imperator angeboten hat wird unsere erfolgschancen erhöhen aber dann würde die halt nicht mehr so hübsch aussehen oh ja beruhig dich vertraut mir wir brauchen diese mächte und euch wird gefallen was man damit alles anstellen kann dann machen wir auch mal den bonus ja ja das wissen wir schon ja das wissen wir auch ok oh nein Oh, fie... Ah, ich hätte das echt nicht machen sollen, die sehen alle nicht so hübsch aus mehr. Aber, da muss jetzt jeder durch. Auch du, mein Freund. So, we owe our lack of tentacles to one of the very creatures that kidnapped us. At least my lack of tentacles. I'm not sure what's next for you. Ich will über die astral gebüte Lärmchen reden. Mach mal Weisheit. Scheiße! Oh, Schwügelgung. Zweimal der Eins hintereinander. Das ist nicht... Einmal noch. Ich könnte schon wieder reinschlagen. Ja, ist ja gut. Ich treibe, suche, verkackt. Na gut. Dann werden wir jetzt hier mal... Schläfchen machen. Du fliegst zur Zipus zu. Das ist halt schon geil, ja? Oh, ich habe schon gedacht, ich hätte schon wieder angegriffen. Los geht's. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Was uns jetzt so erwartet. Ob wir schon direkt nach Baldur's Gate reinkommen oder ob die Armee, die irgendwo da noch rumhängt, oder schon da ist. Werden wir sehen. Ich kann mir das schon vorstellen, dass die schon die Stadt belagern. Ja. Wir müssen finden, wo Gortash und Orin sich selbst bestätigt haben und sie ihre Netherstones nehmen. Oh. Was will der denn jetzt? Baldur's Gate ist richtig über die Höhle. Und so ist Cazador. Cazador und seine Rite von Profane Ascension. An Imperium Soiree. Attended by Devils and Spawn alike. A grand ceremony to honor one exalted vampiric master. And elevate him to an unfathomable station. To place him in a position of such esteem. The world will yearn to kneel and offer their necks. Wir müssen ihn unverzüglich, obwohl wir das klingt doch durchaus erstrebenswert. And then you've been thinking the same thing. If the time comes and I can stay one move ahead of him, I'll take his place before his blood can hit the floor. Boah, jetzt die sehen so übel aus jetzt. Hmm. Ob wir das fertig bringen, schließlich wissen wir kaum etwas über das Ritual. Let's find out more about the ritual, before we waltz into Cazadors front door. If we track down my old comrades, the other spawn, we may discover more. And be finally positioned for yours truly to ascend. Eine nützliche Information, wir werden die anderen Brutlinge finden. If we don't find my brethren, they'll find us. Likely with bearded Fangs. We should get to them first. Then we can make their pretty tongues talk. Okay, dann wollen wir mal. So, was haben wir da? Lecker Schopen jetzt. Was? Das kann schon sein. Wasser. Was ist jetzt los? Ja. Ja. Wenn man. Ja. Wenn man so. Was willst du? Wir sind in der Berge der Schatten. Jetzt glaubt, dass Charitien später in der Nähe sind und die Rückkehr warten. Sie muss einen dieser Speer finden, um zu erfahren, wo das Charitienkloster verborgen ist. Sie erwartet, dass solche Speer unter den verzweifelten Neuankündigungen befinden. Wir sind ja hier außerhalb der Stadt, richtig? Aber schon. Ja, wie ist das hier alles her? Und sonst rechts in den. Und da, komm, anpacken. Direkt mit. Decker Trank. Noch. Direkt. Punkt entdeckt. Sehr schön. Okay. Wie heißt du? Du musst hungrig sein. Nimm etwas essen. Das hab ich genug. Oh, ihr bist so süß. Halt, warte mal. Ich will mal mit der Katze noch sprechen. Warte, 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 warte. Hä, wo bleibt die denn? Wirklich, Mann. Was war das denn? Wo ist denn? Warum ist denn der Ditz nicht dabei? Okay. Ich sollte sprechen. Oh je, ich kann nicht sprechen. Hier sind alles Flüchtlinge, so wie es aussieht. Was seid ihr? Wenn mein Freund versucht, dich zu investieren, dann bitte sie aufzunehmen. Sie braucht nicht die Unterstützung. Wenn ich die Flüchtlinge tue, dann kriege ich Geld und sie kriege Geld. Das ist ein guter Geld für alle. Wie riesig das hier ist. Hier. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wie ist das? Ah, das ist interessant. Wie viele Redcats? Ich will, Dribbles zu sehen. Aber ich mag nicht das Monster an der Tür. Bitte, geh vor uns. Mein Sohn ist ein bisschen nervös. Er hat mir da so einen komischen Blut gehabt. Komm, Marie! Ja. 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 Ich habe noch nie von einem extraplanaren Zirkus gehört. Ja. Und mich. Oh, da darfst du Pech haben. Was soll denn das? Was soll denn das? Überzeugen erstmal. Ich bin weder für euch noch für sonst jemand im Zirkus eine Gefahr. Ich schwöre es. Hervorragend. Oh, damn if I'm not a sucker for big eyes and a heartfelt plea. Very well. Welcome to the circus of the last days. Have fun and be sure to catch the star of our show, Dribbles the Clown. M-hmmm. Sie können ja die Clownоссerung halten. M-hmmm. Ja. Was ist das Süße? Cool. Das ist ja geil hier. Sarah, die Mumie. Ja, erstmal Gedanken. Sehr schön. Ich möchte eure Schminke sehen. Ach ja, wie sie sich gefreut hat. Was kann ich damit? So einen bunten Narren soll ich das kaufen? 520. Ich fände schon Bock. Was ist denn das? Üppiges Weinrot? Ich muss mich endlich mal färben. Rotes Färbemittel. Entfärbe. Okay. Ach komm. Ich will es wissen. Eine Spinnfarbe. Und dann kaufe ich meine Idee. Wie viel hat sie denn Geld? Wie hat sie nicht? Ja. Ja, 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 ja. So. Oh. So. 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 Das ist schon witzig. Und ihr so? Was macht ihr? Oh, der Karten. Hey. Echsenmeister. Einschäden. Das muss ein weiterer Weg von der Elementarebene in der Luft gewesen sein. Was kann ich denn gewinnen? Was kann ich denn gewinnen? Was ist der Jackpot? Ich will wissen, was der Jackpot ist. Einmal drehen. Das nächste Jackpot. Kann ich erneut drehen? Komm, komm. Schon wieder? Weißes Feld. Noch zweimal. Was von Chavez Likusen? Andere Hand von Wegner? So, jetzt will ich mal die Schminkfarben ausprobieren. Wo sind die jetzt hin? Habe ich mich jetzt geschminkt? Hm. Okay, das war jetzt komisch. Das war jetzt wirklich komisch. Äh, dann schauen wir uns mal, wo war denn jetzt hier der Inhaber dieses Gutscheid kann ihn gegen ein kostenloses Getränk in Chavez Likusen. Oh, ja, kostenloses Getränk hervorragend. Nicht so mächtig wie ihre Schwester taugt dennoch vorzüglich zum Kratzen. Warum kann ich jetzt... Ich will nochmal... You've failed to win the grand prize. But fear not. 500! Try again! Be victor! Yes! Ja, immer mal. Ich will wenigstens mal auf den Rot immer dieses weiße Kackfeld. Oh Gott, was habe ich getan? No, Jackpot for you, ugly one. Oh Gott, ich sehe ja vor... Oh Scheiße. Danke, würde ich sagen. Oh Scheiße. Wie kann ich das wieder wegmachen? Das sieht ja furchtbar aus. Wie mache ich das weg? Nach dem Schminkel. Ah, ist nicht von grässliches Gelächter betroffen. Alter, ist das hässlich. Naja, gut, da muss ich jetzt durch. Yoda Silberzunge. Ah, wie kann sie auf? Ah ja, okay. Hier wird... Das ist doch so ein... Ah, scummy ballbag, move! I gots to clean! Okay, geil. Miss the hag. Oh. Miss her stink. Das ist schon geil. Wie cool. Und... Man muss mal hier... Darling! We have a customer! Is your camp drab? Dreary? Then you have come to the right place. Browse our bespoke stony and bony creations. Or commission a statue in your likeness. It is our most sought after service. Steine und Knochen, wer seid ihr? Bony, at your service. That there is my darling life, stony. Is she not magnificent? Ist das geil hier. Sie ist viel größer als ihr. I know, it's wondrous. Now, what can I do for you? Lass mal sehen, was ihr habt. You shall be thrilled and delighted. I know it. Was hast du denn? Steinwand? Fleisch zu Stein? Naja, nichts Besonderes, würde ich sagen. Deswegen kriegst du mal hier... Ah, shit. Kriegst halt das und das. Und das. Hattest du noch? Oh ja, hier. Vergammeltes Zeug, kriegst du noch? Nieße es. Ja. Nichts hat deine Augen gefangen? Ich kann nicht meine Frau sagen. Sie wäre die größte Gefängnis. Hallo, Steinie. Wie geil dieses Spiel einfach ist. Ich hätte gerne eine Statue von mir für mein Lager. 5000. Wie viel habe ich an Geld? Das können wir ein andermal noch machen. Das ist mir jetzt gerade noch zu teuer. Jetzt reden wir mal mit Popper. Wie häufig plündert ihr denn Leichen? Ich mag es hier irgendwie. Zeigt her, was ihr habt. Okay, was hast du denn da? Ja. Jetzt hier der Arcanen-Kultivierung. Der hat jetzt einen zusätzlichen Sauerplatz bei. Die fängt der andere Arcanen in das System. Fingerverriere. Hm, interessant. Hier kann man nicht, kann man nicht. Ja. 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 Also. Was ist das? Letzern dahin. Wer ist hier? Wolkenwiesenwehr. Aber was ich hier sehe ist... Okay. Guck mal. Ja. Wie sieht es aus? Du hast noch zwei Eispfeile und was? So. Okay. Dann nimm du mal noch ein Eispfeil. Ja. Das muss ich noch behalten. Ja. Okay. Ah! Sehr zauber. Bye bye now. Come back to Poppa soon. Oh, mach einmal. Schön hier. Dann würde ich sagen, sind wir hier erstmal am Ende dieser Folge. Ich sage ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.